So, weg mit der Kiste. Auf geht's. Hör auf zu husten, das nervt langsam. Stimmen wir jetzt erst in der Stadt. Da ist hässlich. Cool wäre, wenn wir in der Stadt nicht nur die Lehrer entfernen, sondern auch gleich die Menschen mit. Das wäre der Hammer. Boah, ich glaube aber nicht, dass ich heute die ganzen ostigen Berge mache. Ich freue mich ewig für den Scheiß. Da brauche ich gar nicht. Fantastisch! Ach ja! Fickt euch! Was soll denn die Scheiße? Sohohohohohohoho! Solange die Kiste da steht, kommen die da nicht raus oder was? Doch, komm sie. Da kommen auch welche. Die kommen aber irgendwie einfach selten. Oh, meine Güte. So. Oh, das war ganz knapp. Jetzt, 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 jetzt. Warum bist du so langsam, Kiste? Kiste, du musst schneller sein. Geh runter. Jetzt. Weg hier. Nein. Kiste, schneller. Weg. Okay. Kiste, schneller. Weg. Hä? Ah, vielleicht muss ich der Kiste einen Zwischenstopp geben. Das kann sein. Mit braunen Zwischenstopp. Das wäre äußerst sinnvoll. Dass ich die dann hier sozusagen nochmal stoppe. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich noch ein bisschen weiter rutschen müsste. Ah, ich kann aber so gehen. Alles klar. Was? Das ist nicht witzig. Das ist ganz und gar nicht witzig. Kann ich dich hier aber so hinschieben. Da brauche ich überhaupt keinen braunen Zwischenstopp. Das ist Quatsch. So. Nein. Oh, ich habe vergessen, dass da oben auch noch so ein Ding ist. Komm da nochmal raus. Stachel. Geh weg, Stachel. Sie hören auf mich. Da kann ich drüber springen. Auf das Teil drauf. Ja. Checkpoint. Okay, das fällt runter, wenn ich da lang laufe. Einfach so. Sehr gemein. Kann ich dem auch entgehen? Vermutlich nicht. Schnelligkeit. Okay, auf jeden Fall muss die Kiste erstmal dahin. Obwohl, wahrscheinlich ist es direkt dahinter das... Okay. Das Ganze funktioniert so. Die Kiste rutscht die ganze Zeit hin und her. Mit bounzenden Enden. Und deswegen... Oh, fuck. Komme ich hier drüber und nachher auch auf der anderen Seite. Oh, ist das laut. Oh, da war ich doch mal schnell in dem Rätsel. Jetzt... Oh, du bist so laut. Schon wieder fertig? Ich werde langsam warm, Leute. Vielleicht mache ich doch noch das ganze Spiel heute. Das macht mir halt schon hart Bock. Auch wenn der andere Modus mir besser gefallen hat, wegen der tollen Sprüche. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Aber hochspringen kann ich... Warum kann ich da nicht so hochspringen? Weil es mich nach unten gezogen hat. Dummes Ding. Okay, das war nicht so optimal, wie ich es dachte. Vielleicht muss ich erst so einen Teil dahin machen. Das hilft mir aber auch nicht, weil ich springe dann ja trotzdem wieder in Richtung des Teils. Ja, das hilft mir ganz und gar nichts. Oh, jetzt behalte ich mal ein bisschen. Noch nicht ewig Zeit. Ja, doch eigentlich schon. Aber wir wollen uns nicht ewig Zeit nehmen. Moment, kann ich da... Das ist halt schon ärgerlich. Ich kann da nicht... Vielleicht muss ich das von Anfang an mit der grünen Farbe machen, weil ich kann da nämlich nicht von abspringen, dass ich nicht wieder bis mindestens hier hinkomme. Also hier grüne Farbe hin. Und hier blaue und dann ordentlich springen. Wow, das war... Ja, jetzt habe ich es versaut. Das ist natürlich doof jetzt. Ich könnte versuchen, ob man hier so zurückkommt und sozusagen noch eine Chance kriegt, wenn man weit genug springt. Ne, schafft man nicht. Alter, muss man es in einem Mal schaffen. Und es ist ganz wichtig, dass man die Strecke immer wieder läuft. Danke an die Mache des Spiels dafür. Also das Danke war jetzt mal ironisch. Alle anderen Dank... Meinte ich ernst. Aber der... Und wer das nicht gecheckt hat. So. Nein! Warum passiert die Scheiße immer wieder? Hier, stirb. Das ist unglaublich. Da, da. Oder verfolge ich eine falsche Taktik? Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Wo ist braun? Da ist... Ach, braun will ich ja gar nicht. Grün, da. Grün, 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 grün. Ich bin einfach draufgesprungen. Das geht ja doch. Oh! Ja, tolle Wurst. Achso, das geht natürlich nicht. Fantastisch. Rausleiden. Against the current? Ich hab keine Ahnung, was current bedeutet. Englisch können die Menschen... Ah, ich muss die schnell weg machen. Jetzt muss ich schnell wieder blau werden. So macht man das. Englisch sprechende Menschen. Also Leute, die sowas können... Können mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder aber... Fuck. Von ganz vorne. Warum auch nicht? Oder ich könnte es auch bei Leo nachgucken. Aber es ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Okay, ich werd's wahrscheinlich nachgucken. Nun kommt schon... Dieser Schnee, ne? Auf Dauer geht der ja auch echt ein bisschen hart auf die Nüsse. Muss ich ja einfach mal zugeben. So. Ich brauch doch gar nicht reinlaufen. Wird ja immer einfacher. Ja, das wollt ihr nicht. So wollte ich das... Einmal zu oft geklickt. So, und jetzt... Hier kann ich aber braun benutzen. Oh nein. Mich auch noch gegen Wind. Oh oh. Da gibt's so ein kleines Problem mit braun. Ein winzig kleines Problemchen. Auf geht's. Darüber. Warum klappt das jetzt bei jedem fucking Mal? Das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse. Braun bis da. Und dann von da an. So, da würde ich eh hochgehoben werden. Da bin ich ein Millimeter zu weit gegangen. Aber macht nichts. Void is hard. Errungenschaft freigeschaltet. Heißt das so viel wie, du bist der schlechteste Mensch der Welt? Void is hard. Ach, auf einmal geht das nicht mehr, mit da vorne stehen bleiben, oder was? Oh, jetzt habe ich das früh entfernt. Ich kotze ins Essen. Juhu. Nicht Juhu. Aber wenn ich vorne schnell bin, dann muss ich das schaffen. Ich glaube, da kann ich einfach durchfliegen. Ich glaube, das ist auch so gedacht, weil man schafft es immer so gerade nicht. Wenn ich vorher blau habe, dann schaffe ich das. Solange dann kein Gegenwind kommt. Wenn dann Gegenwind kommt, bin ich tot. Blau. Das hört sich so toll an, wenn die kaputt gehen. Okay, nochmal blau. Ja, siehste. Locker. Lass mich in Ruhe, Wind. Da sehe ich irgendwie das Problem gerade nicht so ganz. Da kommt die Leere schon wieder? Muss ich gegen die Leere kämpfen jetzt? Ich glaube, das ist das Problem. Warum muss ich denn jetzt gegen die Leere... Bevor der Leere wegrenne, ich bekämpfe die doch gerade mega. Wehrt die sich jetzt doch noch? Ich dachte, die will mich nicht mehr. Irgendwas ist da... nicht stimmig. Ja, hier braun auf die Zwischenplattform tun, das ist für Pussis. Boah, niemand braucht das. Okay, das war dumm. Aber ich habe das natürlich nur getan, weil es am Checkpoint war. Das war dumm. Das habe ich nur getan, weil ich dumm bin. Ja, das war perfekt getimed. Vielleicht mehr Zufall als... Oh oh, das kann dauern. Fuck, beeil dich. Los, Rot! Lass mich nicht eng! Fuck, Alter. Scheiße, wie mache ich das denn? Boah. Ach, ich musste da runterspringen. Ich dachte, ich muss da hoch. Ja, geschafft. Aber das mit der Leere habe ich nicht verstanden. Warum ist die denn jetzt da langgekommen? Schade. Warum erklärt mir das keiner? Ja, gut. Wie es weitergeht, sehen wir noch beim nächsten Mal, weil ich habe jetzt die Hälfte der Frost. den Bär gemacht, das ist doch mal ein Wort. Ja. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Gebt dem Video, den Videos einen Daumen hoch und mir ein Abonnement, wenn ihr möchtet. Und schaut auch beim nächsten Mal zu bei Nihilumbra mit mir, dem Luca. Bis dann.